Gemeinsam mit der Polizei begleiteten Rostocker Fanbeauftragte die etwa 2000 mitgereisten St. Pauli-Fans vom Bahnhof ins Stadion. Beim Anmarsch alles ruhig. Im Gegensatz dazu tolle Stimmung im ausverkauften Rund nach 11 Minuten, denn der FC Hansa Rostock ging nach einer tollen Ballstaffette Hofschneider, Studer, beinlich in Führung. Unbelehrbare Krawallsüchtige auf den Rängen hatten dank des umsichtigen Polizeieinsatzes während der ersten Halbzeit kaum eine Chance. Sportlich betrachtet waren die Gastgeber eindeutig überlegen und nach diesem herrlichen Pass von Weiland gingen sie folgerichtig in der 69. Minute durch Steffen Baumgart mit 2 zu 0 in Führung. Fünf Minuten später allerdings fiel Aufregung am Spielfeldrand. Dem Linienrichter tränten die Augen, er musste behandelt werden. Auch im Rostocker Fanblock dicke Luft. Niemand wusste so recht, woher sie kam. Hansa-Coach Pagelsdorf versuchte die Gemüter zu beschwichtigen. St. Pauli-Storhüter Klaus Tomforte, der Kontaktlinsen trägt, konnte nach eigenen Aussagen nichts mehr sehen, musste raus. Wir werden protestieren, werden uns mit unserem Juristen zusammensetzen und werden das genauer formulieren. Bilanz der Polizei, 19 Festnahmen, kleinere Unruhen nach dem Spiel, die Ausschreitungen insgesamt geringer als befürchtet. Bis zum nächsten Mal.